also du bist angänglichen also ich glaube du bist ein mörder der war nice bist du mörder alex nein ich bin tot aber richtig geil gemacht eben so gut es war richtig gut wie sich hinter der tür versteckt hat und ich bin wieder bei stander und ich bin mörder wie rennt man noch mal schiff bitte tötet mich nicht ich muss erst mal nach schenken da wird es einfach hier stehen vor mir in der nase was mich getötet ich werde ich jetzt gleich eindeutig verpotsen dem alex gegenüber einfach nur weil das verdient hast du bist moment es ist so ein helles violett aber ich sehe den namen nicht das ist doof ich habe mein messer nicht mehr willkommen zurück gar so wer ist es denn der ist es nicht es könnte ja ich habe ihn charlie 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 blue charlie blue is Hello Ist nicht Blue. Ist nicht Blue. Vor allem ist es nicht Tudli. He is not good at pointing. Sorry. Ist geil. Ist lustig. Ich muss erst mal mein Messer wiederbekommen. Oh, Delta weiß wer du bist. Oh, jetzt brauchst du nicht wegrennen. Das war jetzt deine Schuld. Ich hatte halt mein Messer nicht. Ja, aber da hättest du einsperren können. Einfach vor sich stellen. Wtf, wo war der denn bitteschön? Wir haben hier mehr Moderatoren als sonst was. So, nun wieder bei Stender. Oh, es fängt neu an. Haha. Noob. Was bin ich? Bei Stender. Ja, ist leider auch. Können wir, äh, etwas machen? Ich finde, die könnten ja mal drei Items oder so machen für eine Waffe. Ja, oder so. Oder die Items öfter spawnen. Ja, oder so. Weil das halt irgendwie anpassen an die Menge von Leuten. Weil das scheint mir nicht so wirklich angepasst zu sein. Wenn okay, auf der anderen Seite wisst du auch nicht, dass jeder mit der Waffe rumrennt. Eben, weil dann ist es sehr schnell raus, wer einem sich böse ist. Ach. Sometimes I dream about cheese. I could eat a horse hooves and all. Can't you see I'm busy? Watch out! He is, he is yellow. His color is yellow. S-Ray yellow. S-Ray yellow. He was yellow. S-Ray yellow. X-Ray. X-Ray. S-Ray yellow. Ich verstehe die ganze Zeit, es ist very yellow. X-Ray yellow. X-Ray. X-Ray. I'm never going to make a stalker. Or of me. Whether than I thought you were. Look. He's dead. So, wir müssen ganz kurz mal das Fenster wieder wechseln, damit ich seh. Z- Hari. Z-ати wäre an sich eine super Idee. Hätte ich auch Bock drauf. Wäre aber das Problem, dass wir auf einem öffentlichen Server müssten. Weil wir für einen privaten Server, also für unseren, beziehungsweise Alex seinen Server, zu dritt ist CTT langweilig. Und bei euch läuft teilweise entweder Gary Smod nicht oder ihr besitzt Gary Smod nicht. Weil es sind ja nur noch du und also Psycho und Garg sind ja noch da. Also ich werde auch bald gehen. Und Chaco haut eh bald ab. Also müssen wir auf dem öffentlichen Server. Von mir aus können wir das machen. Je nachdem wie Alex das sieht, auf dem deutschen Server natürlich, wenn überhaupt. Weil sonst kann ich mit dir nicht reden. Ich kann auch so nicht reden, aber... Ich finde einfach ausverrecken, keine von diesen blöden... Spawnen die auch in der Halle unten irgendwo? Ich glaube die spawnen überall mal, oder? Ich kenne nur so ein paar Stationen, wo sie halt spawnen und da laufe ich immer wieder hin. Du wirst gleich eine Antwort erhalten. Psycho, es ist halt dieses Delay. Immer noch X-Way war es. Hier ist outside, outside. Du hast dummerweise nur... Ich habe es auch gerade gehört. Outside, hier ist outside. I saw him. Was heißt Zeuge? Witness, gell? Ja. Was ist er? I'm a witness. No, it's a yellow X-Way. Du hast mich gesehen. Ah, ich sehe dich. Ich kenne dich. Hi, hallo. I'm glad there's no kids around to see this. Bist du hier ein Ghosting betreiben? Er ist jetzt oben im Projektoraum? Schieß doch. Schieß doch, Charlie. Schieß doch. Ich sag dich. Ich folge dir einfach. Er ist immer noch im Projektoraum. Yeah, kein Ghosting. Ghosting. For the win. Er ist in den Raum mit dem Papierstapel. Ich bin tot. Er ist im Projektoraum. Sammelt weiter Sachen ein. Hast du noch gar keinen TTT gesehen, Garg? Weder bei Minyas noch bei Dalukat oder eben. Dann stellen wir auf unseren Channel hier die Folgen angucken. Oder bei uns. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen. Ja, ich muss das einfach mal einbringen. www.youtube.com.debuckhate. Ja. Wenn du schlechtes Gameplay sehen willst und lauter Random Killer. Nee, da siehst du ja nur einen Alex. Mich siehst du da ja nicht. Sag ich ja. Random Killer. Ja, aber trotzdem. 4K-Videos. Ach, 8K. Was red ich da? Oh, der war schlecht. Und umgebracht. Der war schlecht. Der ist gut, der X-Ray. Gibt noch... Oh, 1 gegen 1. Charlie vs. X-Ray. Ich finde es gut, dass die hier diese Namen verwenden, weil dadurch hast du nicht das Problem, dass du irgendwelche unaussprechbaren Namen hast, wie manchmal bei TTT. Ja. Das ist wahr. Und dann XXX73 Girler Game Motherfucker oder so. Nice, Alex. Nice one. Respect. Der war echt nett. Ich habe mir meinen Teil schon gedacht, weil ich hatte eben gerade irgendwo Prop Hunt gehört und dann dachte ich mir direkt, ah Moment, das wäre eigentlich die Standard-Taktik hier. Machen wir danach TTT? Äh, lass uns mal erst noch ein bisschen Mörder spielen. Okay. Ich bin der Mann mit dem Secret Weapon. Boah. Got it. Ich habe sie einzusperren. Äh, gesehen schon. Sowohl bei Alex als auch bei mir. Achso. Ja, es ist halt, es gehört halt zu Garrys Mod dazu, von daher ist es nicht schlecht. Ich weiß, wer der Mörder ist, hat mich gerade umgebracht. Ich weiß, ich weiß auch, wer es ist. Wahrscheinlich der Kryan. Ja, natürlich bin ich's. Also ich könnte dir jetzt auch die Farbe verraten, es ist leicht grünlich, ja. So wie der Kryan das vorhin gemacht hat, vor allem sozial. Äh, ich habe dich doch gesehen. Ich habe dich ja auch gesehen. Und den JCP hatte ich jetzt auch gesehen. Ja, ist mir doch egal. Randomest Build, weil man nur... Das ist mir nicht gewandt. Äh, ich verstehe das nicht ganz, Psychokrat. Ich muss nebenbei noch Leute töten. Ich weiß normalerweise nicht mehr, wie man die Identität eines Toten annehmen kann. Stimmt, eh klicken oder so, oder? Warum hast du den jetzt schon gebracht? Macht er doch klar, doch. Ja, ich musste bei dem Bein nochmal gucken, was er so ab... Ach, du warst es? Ja. Ich wusste es nicht, dass ich dich früher getötet habe. Ich denke auch, dass es eh ist, aber irgendwie klappt das nicht. Hast du schon fünf Dinge, oder? Nee, ach stimmt, du brauchst ja fünf. Oder eins. Und dann? Nee, fünf. Also wenn du fünf für die Waffe brauchst, dann... Äh, Identity Jank. Ach, ist voll reingelaufen, ich Idiot. Ähm, warte mal. Schauen wir das noch mal nicht, ansonsten brauche ich so... Ja, also wie gesagt, das ist ja in... ...Garry's Mod enthalten. Du kannst die ganzen Maps, etc. Und auch Gegenstände im Steam Workshop runterladen. Brauchst also auch kein CS dafür. Es geht auch ohne. Und du brauchst... Also du kannst auch irgendein andere Valve-Ding nehmen, also Left 4 Dead, etc. Dann müsste das auch gehen, zumindest steht es so. Ähm, Identität annehmen. Psycho, du kannst, so habe ich es zumindest gesehen, die, wenn ich jemanden töte, sag mal, ich würde jetzt Mörder sein und würde hier X-Ray grün töten. Dann könnte ich als X-Ray grün rumlaufen, wenn ich genug Items habe. Ich glaube, man braucht aber nur eins. Und dementsprechend würde er dann sagen, es ist, äh, mein Name. Eins wäre halt krass unfair. Ja, aber du... Du musst ja den Vorteil auch haben, weil da musst du als Innozentheit mitdenken. Also, wenn ich jetzt Oskar töten würde, würde er meinen Namen sagen, meine Farbe, aber ich laufe jetzt eher rum. Dementsprechend wäre ich dann quasi safe. Deswegen finde ich, dass eins halt krass unfair wäre. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine auch, dass es per E ist. Vielleicht habe ich aber auch die Tastaturbelegung verändert, sodass ich das niemals rausfinden werde. Boah. Ähm. Deswegen musst du oft genug Mörder sein, um es testen zu können. Äh, so, du meinst, dass mit dem Random ist unfair, wenn man auf öffentlichen Servern spielt. Ja, ist halt schwierig. Aber man sollte halt auch keine Random-Kills begehen. Und du wirst auch nicht sofort gebannt. Also, es dauert halt schon eine Zeit lang, bis da irgendwas passieren kann. Ich kann nicht erinnern, die letzte Mal, dass ich... ...well... ...was. Ich würde gerne mal Items finden. Und, Garak, nochmal zu deinem Post. Du brauchst dich jetzt nicht einschleimen. Dass du bei mir geguckt hast, ist mir klar. Du musst nicht sagen, du hast bei Alex auch geguckt. Ich hab schon wieder nirgendwer erst rumgebrüllt bei der anderen. Ach, ich hab... ...was, ihr habt ihn getötet. Nett, Sir. Bye, Stander. God fucking damn it. Ja. Hast du überhaupt Körmermörder? Ja. Einmal, ja. Was passiert wenn man schuldigen, klittet man mit blind oder so, gell? Du wirst blind und die Waffe fällt. Québec sitzt kackend in der Decke. Nö, Québec läuft gerade von mir rum. Was hab ich schon gesagt? Jo, warum holst du das? Was ist da los? Du grünes Mädel. Ach, bist du jetzt desink? Dejan? Nein. Ich bin nicht desink. Ich bin desink. Ich finde das Problem halt hier auch, wenn man so auf öffentlichen Zerven, jetzt gerade immer eine Aufnahme machen würde. Du musst immer dran denken, wieder auf Push-to-Talk zu drücken. Ja. Weil du kannst ja nicht die ganze Zeit normalerweise... Tango, Tango Pink! Du sprichst wieder nicht im Ding. Ich hab's aber draufgedrückt. Nee, offensichtlich nicht. Das wird mir aber noch angezeigt, aber ich war schon too good. Weiß ich nicht, ob es jetzt die letzte Runde ist. Ich bleib mal bei Tango Pink. No, Palt. Bei X-Ray. November. Außerdem schleime ich nie, wenn mir was gefällt. Ach, wenn mir was nicht gefällt. Ja, kannst du auch machen. Ist doch richtig so. Ich schleime nur bei Leuten, von denen ich irgendwann was brauchen kann. Tango, Tango Pink. Pink Tango. Pink Tango is the mother. Oh, ist jemand tot. X-Ray, alles klar. Alles cool. Ich brauch noch zwei, äh, noch drei. Oh, da läuft er. Nein! Shit, ich war gerade... Tango Pink, Tango Pink. I think he's following me. Ich weiß, da müsste doch direkt mal eine Waffe rumliegen. Nee, er ist doch nicht. Ja, ich bin running. I thought you're following me. But I know it's you. Hm? I will find you. Yes, I will... And I will kill you. But I'm not following you. Yeah, I see that. But it was guessing. I had to run. I'm scared. Now I'm following you. No, don't following me. Okay. Oh, no, I'm following Uniform. Where are you? Oh, du bist doch ein Sack. Oh, this was bad. This was bad. Oh, I just turned my back. You are a Highstander. Mach ich auch. So wie bei Crash Landing. Alex der Mörder. Das Gameplay ist... Crash Landing ist eine Mod von... Minecraft Map. Minecraft. Ja, Minecraft Map Mod. No, egal. Irgendwas Minecraft-artiges halt. Da bist du in der Wüste, bist halt quasi gebruchlandet und musst eben überleben. Schwierigkeit, die Monster sind schlimmer als normal. Du musst eben dann eine kleine Base bauen, dich selbst versorgen. Kannst Wasser aus den Setzlingen kriegen, etc. Ist ganz cool. Oh, ich hätte ihn kriegen müssen. Ich habe die Waffe gefunden. Ich habe mich noch umgedreht, da war er nicht. Und dann kommt er von hinten. So bad. Die Sau. Das ist unglaublich. Ah, ich habe einen grünen Gutschein. Das ist Mia. Das ist Mia. Ja gut, willst du denn bitte bei der Grafik? Es ist halt... Minecraft. Danke. Mir fällt das Wort irgendwie nicht ein. Oder ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß es nicht genau. Minecraft. Und dass das Gameplay schlecht ist, ist klar. Guck doch mal, wer es spielt. Äh, ja. Als Mod müsstest du eigentlich links posten können. Ansonsten banne ich dich einfach. Ist mir doch egal. Jolo. Du meinst wohl wieder. Nein, ich habe ihn geteilt. Aber eigentlich müsstest du posten können. Haha. Noob. Ansonsten einfach... Nee, es ist halt... Wobei, musst du es runterladen von Minecraft? Also für Minecraft? Nicht von Minecraft, er muss halt nur extra Installations-Things runterladen. Du siehst, er kann posten. Ah, okay. Ich vertraue dir, Zulu. Bist du Zulu? Ha 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 ha. Ah, bin ich weg. Someday... ...this will all be a bad memory. Look, he's dead! Bis gleich, Psycho. Ich glaube, das ist Quebec, der Rote. Oder auch nicht. Bist du das? Ich bin Quebec. Wusste ich doch, dass du den Namen aussuchen würdest. Ich renne jetzt Zulu nach, um in Angst einzujagen. Hahaha. Dass du den Namen aussuchen wirst. Wo ist er hin da? Ah, mir fehlen noch zwei, äh, nette Flüge. So I gotta get you. Ah, okay. Es scheint Bravo zu sein. Nein, ich bin's nicht. Du hast gerade nicht gesprochen. Doch, ich hab gerade gesprochen. Ich hab zwei verschiedene Brüchte-Talk-Kasten. Ach so, und zwei verschiedene Stimmen. Ja. It's me, Kryon. Oh, krass. Oh, ja. Noob. Krass, das hört sich so anders an. Alles klar. Bravo. Und einfach mal drei Leute neben mir nach. Das war auch so geil. Krass, das hat sich ganz anders angehört bei mir. Echt? Sehr schön. Also ich hab dich eigentlich niemals erkannt. Sehr schön. Jawohl, jetzt hier. Bam. Komm schon. Fuck you. Ich mein, ich hab dich schießen. Dann bist du innocent. Ach, bist du der Mann mit der Waffe? Ich bin einer der Männer mit der Waffe. Er ist die nackte Kanone. Oh. Wow. Jetzt ist ordentlich was los. Boah, jetzt hat er mich noch getötet, so Arsch. Ja, Karma. Für was bitte Karma? Na so. BW-Psycho. Lade, was ist los? Ja, viel Spaß, Mr. D-Sync. Ja, und sonst so. Die Stille. Oskar hat keine Sachen zum töten. Und wer seid ihr so? Ich werde verfolgt. Michael Jackson. Nope. Michael Jackson. Michael Jackson. Sometimes I dream about cheese. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Wow. Your two are very creative. Was? Hello Mr. D-Sync. These things. Hello Mr. D-Sync. These things, alles klar. Hello, Mr. D-Sync. Hello, Michael Jackson. Where is Mr. D-Sync? Where is Mr. D-Sync? Where is Mr. D-Sync? He is Mr. D-Sync. Man merkt das Ferienzinn. Inwiefern merkt man das denn gar? Weil du und Psycho noch da sind? Oh! Nein! Faggots! Man, ich hab so schlecht reagiert. Bist du Mr. D-Sync, Alex? Ja. We are deep faggots. Stimmt, Alex war so ruhig. Alex ist immer ruhig, wenn er Mörder ist. Und er heult nicht rum am Anfang der Runde, dass er nicht Mörder ist. Auf was bezog ich das denn Psycho? Wer merkt was? Ich bin grad irritiert. Oh, komm! Komm schon! Komm schon! Wie einfach nicht trifft der Alex. Das sieht saulustig aus. Oh! Nein! Nein! Wer war der letzte? Ich glaub du warst der erste Mörder, der gewonnen hat. Nein, ich hab schon gewonnen. Du hast auch gewonnen, kann ich sagen. Glaub ich nicht. Doch. Kann ich sein. Natürlich. Guck den Stream an. Glaub ich nicht. Ja, du mich auch. Kann ich eigentlich mit der Waffe auch das Fenster kaputt schließen? Ich geh stark davon aus. Okay, Psycho mach ich. Ist ja das Problem, dass dieses Delay drin ist. Das heißt, ich achte ja auch nicht ununterbrochen auf dem Chat. Ich muss auch ein bisschen auf dem Bildschirm gucken. Ja, ich kann's kaputt schießen. Sehr schön. Ah, ich weiß wer du bist. Ist das ein Tango? Cheese! Cheese! ECOKREEN! 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 Ich häng hier fest, na super. Zaaack! Eko, 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 Sierra, Sierra! Help me! Help me! Eko, Eko! Help me! Help me! Oh Gott! Racy, Racy! Direkt hinter dir. Chasing me. Yes, nice shot. Dankeschön. Du Noob, du! Da, flieg! Nee, bei mir sind keine Ferien mehr. Luxus besitze ich nicht mehr. Wow, also Garg. Respekt. Was hat er gemacht? Er hat deduktiv herausgefunden, dass Psycho, der elf ist, eindeutig aktuell Ferien haben muss, sonst wäre er an einem Sonntag um 2 Uhr nicht mehr online. Das ist schon stark, Garg. Er ist tot! Ich glaube aber, dass in jedem Bundesland Schulferien sind, da es kurz vor Weihnachten ist. Nur manche Unis in Baden-Württemberg sollen wohl noch Montag und Dienstag Uni haben. Ist jetzt kein Weg mit dem Zaunfahrt, nein. Ich würde sowas nie machen. Ich würde mich nie über arme Studenten lustig machen. Baby? Baby? Hallo? Baby? 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 Wie gehts? Help me! Help me! They want to rape me! Lady? Oh my gosh! Lady? It's funny. No one wants to rape me! Well, something isn't right with your eyes. Rapist! Rapist! Help! Help! Where are you Lady G? Where are you Lady G? Come, let's have some fun! Don't run away! Lady G? Don't run away! What are you Lady G? Lady G? Oh, lady. You know what happens to rapists? They have fun. I just wanted to think. Come, let's go find some fun! Lady g is Lady g is Lady g Lady g blue Lady blue hello hello Nein Lady g Lady g you think to kill me she was a rapey I'm afraid just a little girl Ach, du bist es, Chaco. Nein. Du bist ja ein Arsch. Nein, Lady Di. Oh, haha, Noob. Help me! Toad. Gerade zu spät. Oh fuck, ich hab mein Messer schon wieder weggeschmissen. Nein, lauf! Lauf, tötet ihn doch! Oh, schöner Jump. Wer jetzt von hier ablässt, die er Angst hat. Man macht's ja gleiches Abfall nicht die ganze Zeit chasen. Wie viele leben denn noch? Keine Ahnung. Ich kann es ehrlich gesagt nicht rausfinden. Yay, ich hab einen der niedrigsten Pings auf dem Server. Ne, ich hab den niedrigsten Ping auf dem Server. What the fuck, warum ist er denn? Korrekt, mein er ist überraschend hoch. Alex, äh, Chaco Senna ist niedriger. Ja, jetzt... Mach nicht so viele Rape-Jokes, sonst kommen gleich die ganzen Feminazis. Please, don't kill me. Ja, man müsste ja auch gleichberechtigungen reinbringen. Warum nicht? Ich würde gerne nennen. Ich würde gerne nennen. Wo ist der Hölle Step-Hell? Im Office. Im Kleinen. We can be big friends. We can be big friends. We can be big friends. No. Nope. Der andere ist draußen im Außenhof und geht gerade unter dem Haus lang zum kleinen Office. Jetzt steht er in dem kleinen Keller-Dings. Jetzt ist er draußen beim Schneemann. Kannst dir echt nicht sagen, wie viele Runden das jetzt waren. Ich glaube, das steht hier auch nicht wirklich drin. Wahrscheinlich einfach zu viele. Das ist gerade die Leiter hoch. Direkt neben dir. Oh, das holt der Chaco. Nooo! Was ein Kill! Was ein Kill! Nice Shot! Sehr nice Shot. Sehr nice. Danke. Hast du es gehört? Nein, der ist schon wie er es schon gewohnt. Zu viele. Gefällt dir das nicht, Psycho? Das ist ein Mörder. Also ich muss sagen, ich finde das ganz lustig. Bleu Hotel! Ah, Shit! Bleu Hotel! Nein, Shit! Bleu Hotel! Bleu Hotel! East Hotel! 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 We can be big! Der ist oben im... Was wolltest du sagen? Was wolltest du sagen, Psycho? Was wolltest du sagen, Psycho? Don't take trucks! His worst microwave right now? Killing some people? Oh man! Oh man! Nur etwas mehr Action fehlt hier. Ja, ich habe nichts gegen TTT. Es liegt im Prinzip nur an Alex und Chaco. Ihr müsst den Chaco dazu bringen, dass er länger wach bleibt. Ich habe halt noch Uni im Vergleich zu anderen Menschen. Wann hast du denn Uni? Um 16 Uhr! Das ist also früh am Morgen! Ja, dann lass uns doch zu dritt auf irgendeinen öffentlichen TTT Server gehen. Ich will nicht auf irgendeinen öffentlichen TTT Server gehen. Ich mag keine öffentlichen TTT Server. Ja, aber wir sind zu wenig für richtige Spiele. Ich weiß. Ich will das hier noch ein, zwei Runden mit und dann geh ich. Mein Bier ist bald leer. Äh, ich meine mein Hopfentee. Also, kein Bier. Ja, Saft. Nein, Hopfentee. Gehen wir dann, ähm... Auf dem öffentlichen TTT Server, Alex. Oder wir spielen irgendwas anderes. Was denn? Keine Ahnung. Echo Red! Echo Red! He's downstairs. He can't kill this one guy. Sorry, I can't help you. He's outside! He's outside! Echo Red! Echo Red! Going down! Down! And he's dead! Ja, ihr solltet ihn dazu bringen, dass er mitspielen will. Psycho. Weil ich kann halt ihn, ähm, nicht alleine dazu zwingen. Wenn ihr ihn dazu bringt, vielleicht spiel er da mit? Ich weiß es ja nicht. Wenn habt ihr da mehr Macht über ihn. Oh! Übrigens! Guten Abend auch, ähm... Bookstar und, ähm... Alone at Night 342. Oh, ich war der letzte. Toss spielen wegen mir. Garg. Also, wegen mir auf jeden Fall. Alex? Ja, bei Toss wäre ich ein oder zwei Runden dabei. Jocko? Oh, wenn wir jetzt direkt wechseln, wäre ich bei einer noch dabei. Ja, dann wechseln wir, oder? Jetzt sofort, während der laufenden Runde. Ist einer von euch Mörder? Bin weg. Bin auch bei Stander. Dann gehen wir raus. Gut. Dann geht's ab auf, ähm... Dingenskirchen hier. Wie heißt's? Hi, Bookstar. Town of Salem. Das wird hier nochmal ganz kurz. Town of Salem. Mit. Bar. Karte. Wir können nochmal verändert. Deswegen entschulde ich bitte, dass ihr ganz kurz... Ich würde dir mal interessieren, ob der Stream sich... Also, der Name vom Stream sich dann auch ändert. Oder ob dann auch 10 Sekunden später sich ändert. Ähm... Der ändert sich erst, wenn du die Seite aktualisierst. Schwarz machen. Wir müssen hier dann ein neues Fenster öffnen. Ah, das ist wieder so kompliziert. Das ist wieder so kompliziert. Und... Und... Ah, das Schöne ist, hier kann ich jetzt auch gemütlich einem... Ähm... Okay, wie es aussieht, sind die Kommentare nicht mehr drinne. Äh, die Befehle. Gut, dann mal schnell. So. Einmal Vollbild. Jetzt habt ihr auch dummerweise halt die einzelnen Tasks gesehen in der Taskleiste, die ich hab. Das ist eine Taskleiste? Ey, voll krass. Ähm... Was hast du denn nur gemacht? Ich wollte eigentlich die Multitwitch reinfeuern. Äh, Quatsch, der Multitwitch. Ähm, den Befehl für Toss, aber den hast du scheinbar nicht bei dir im Dings drin. Den hab ich anscheinend nur bei mir. Du meinst die ganzen Befehlsdinger da? Ja, ich hab extra einen reingefeuert, damit ich einfach Ausrufezeichen Toss schreiben kann. Dann steht da, was Town of Salem ist. Ja. Ja, dann machen wir jetzt eine Runde Town nach Salem. Garg, adde einfach den Alex, sprich... Ah, Moment, ich zeig's dir. T-Crush. Wo ist er? Irgendwo hier unten, am unteren Ende der Freundesliste. Da, adde ihn einfach, weil er wird wahrscheinlich die Einladung verschicken. Oder mich, Krian oder den He-He-Styler, sprich... Was mit mir? Jago. Okay. Und dann, wenn du das gemacht hast, wirst du das Spiel eingeladen. Wer noch mitspielen will, sprich Bookstar, wenn du mitmachen willst, Einladung schicken oder deinen Namen posten, dann können wir das machen. Gleiches gilt auch für Psycho und... Das war's, weil sonst wird mir keiner angezeigt. Oh, eine Einladung. Ich muss jetzt auch einen Moment warten, weil dann kann ein Stream Delay. Ja, sowieso. Ähm... Oh, warte. Hehe. Dummer Fehler meinerseits. Zack. Entschuldigung. So, ich hab vergessen umzustellen von Fenster auf Monitor. Also umgekehrt doch von Fenster auf Monitor. Nur da stimmt die Einstellung noch nicht ganz. Dann müssen wir das hier noch ein bisschen machen. Ähm... Die Einstellungen anpassen. Und zwar vom Video, dass der gesamte zweite Bildschirm übernommen wird. Bookstar, Town of Salem. So, da sind wir wieder. Ich musste ganz kurz wieder das übliche umstellen, weil wir jetzt wieder wechseln. Ähm... Könnt ihr gerne machen. Psycho und... Bookstar. Macht entweder noch ein paar Runden. Spielt selbst mal ein bisschen. Oder schaut. Je nachdem. Bei YouTube findet ihr genug Leute, die das streamen. äh, gestreamt haben oder gespielt haben. Ich würd nicht sagen, dass die Shotgun die Traitor-Waffe ist grad. Ne, ich hab die auch gern als Nicht-Traitor. Das stimmt. So. Wir sind wieder in der Classic-Runde. Also alles beim üblichen. Selber regeln wie eben. Hoffentlich klappts diesmal. Weil sonst würd ich sagen, wir machen doch Schluss. Das ist zwar sehr ärgerlich, aber bleibt keine andere Wahl. Bookstar, dir auch ein herzliches Dank für deine Follow. So. Christmas? Was ist Christmas? Standard oder Random? Standard würd ich sagen. Es ging um Themen. Ja, ich weiß. Also man muss dazu sagen, für die, die TOS nicht so kennen. TOS hat oft irgendwelche... Also, irgendwer schreibt rein Thema. Zum Beispiel Pokémon. Dann nennen sich ganz viele Pikachu und Raichu und was auch immer. Dildo. Ja, das gibt's öfters mal. Psycho. Ich weiß nicht, wieso du dich nicht sehen oder hören kannst. Garg, Bookstar, hört oder seht ihr mich? Also ich seh meinen eigenen Stream. Es sollte eigentlich laufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir Garg und Bookstar sind. Achso, das ist noch ein bisschen her. Okay. Seht ihr mich? Alex und Jocko? Ich hab den Stream nicht an. Also ich hab zwar den Chat an, aber nicht den Stream. Ich hab einfach die gleiche Rolle wie jeden. Also bei mir geht's ja. Ich hab jetzt gerade extra nochmal geschaut. Okay. Also bei... Ja jetzt. Bei mir hing nur TOS gerade so ein Busy. Ah, alles klar. Okay. Danke Garg. Ich war mir grad nicht sicher. Also bei mir lief's halt und dementsprechend war ich leicht verwirrt. Ähm... Okay. Mal gucken, was hier passiert. Ich werde alles sehr genau beobachten und dann berichten. Warum? Wie gesagt Garg, du hast ja gestern schon gemeint wegen der Anmeldung. Kannst du gern machen, wenn dir das Spiel gefällt. Vielleicht interessierst du dich dafür auch. Dann kannst du auch mal dabei sein, wenn wir zusammen zocken. Sprich Alex und ich. Oder Alex, Jocko und ich. Oder Alex, Jocko und Silly und ich. Hm. Oder du gehst noch weiter und Alex und Jocko und Silly und ich und Marvin. Oder Alex und Jocko und Silly und ich und Marvin und... Äh... Mich ja ausschauen. Und ich bin schon wieder tot. Ja, leck mich doch am Arsch. Was du Jocko überhaupt? Nein. Das ist doch Fretty gewesen. Oh nevermind. Ja, stimmt. Sag mal, denkst du überhaupt mit Jocko? Nein, ich denk nicht mit. WTF? Hast du Medium wenigstens? Nein, ich war Jester. Du warst Jester. Jester. Jetzt wusstest du ja wenigstens, wie man ihn spielt. Ich konnte nur einfach nicht. Nichts. Immer noch nichts, Psycho. Äh, Psycho, dann check doch mal, ob mein Stream geht. Ja, nur Moment. Wenn er sagt, er sieht und hört nichts. Ähm. Ich muss mein Stream noch anmachen. Refresh. Play drücken. Nee, aber bei mir läuft er. Bei mir auch. Ich sehe auch, dass gesendet wird. Ich habe keine verlorenen FPS. Äh, keine verlorenen Frames. Äh, ich finde den Multi gerade nicht. Ich mache nochmal gerade Multi. Und drücke nochmal drauf. Checken. Und. Und. Dann weiß ich jetzt, was äh. Ich refresh dann mal meine Seite. Also normalerweise sollte es gehen. Ich muss oben noch umstellen, dass es Tornos Salem ist. Okay. Mein Stream ist da. Und Crean's Stream ist da. Tornos Salem mit der Vacate. Und Tornos Salem. So. Ich muss das noch mal ganz kurz ändern. Was ja. Also bei mir geht er ins Stream. Bei mir läuft er auch. Also ich weiß nicht, wieso ihr nichts sehen könnt. Augen aufmachen hilft. Ich mache nochmal Multitwitch auf. Da wird jetzt auf jeden Fall ähm. Wahrscheinlich Sound. Nee, Sound ist runtergestattet. Das ist klar. Soll dann dementsprechend klappen. Aber ich bin irritiert, dass ihr halt wirklich nichts sehen könnt. Ähm. Das heißt, die sehen alle bei dir nicht? Nee, Garg sieht was. Also gar kein geschrieben. Er würde was sehen. Psycho sagt, es kommt nichts. Psycho sagt, es kommt nichts. Ah, okay. Gut. Weil bei mir läuft's halt. Und deswegen war ich irritiert gerade. Alles klar. Dann sollte es wieder gehen. Sehr schön. Freut mich. Dann ist gut. Dann gehen wir aus der Multitwitch wieder raus. Und dann läuft das hier weiter. So. Ja, also gut. Nur einfach zwei Liebe. Dann freu ich mich. Dann freu ich mich, dass es bei euch wieder läuft. Aber ich weiß nicht wieso. Ja, das ist bei Twitch. Kann ich da vollziehen. Ich mag so. Dann mach ich das jetzt ganz einfach. Da ich sowieso nichts beitragen kann, liebe ich das Spiel. Okay. Du machst ein eigenes. Nö, ich spiel was anderes so lange. Oha. Ja. Oh, da haben sie Chocobob echt töten wollen. Damit ist auch ganz klar, wer Exe war. Nee, der war... Der war... Nein, das hab ich jetzt nicht. Nee, aber jetzt ist der Exe klar. Warum? Weil... Moment. Wer hat hier Lookout geclaimt? John Heffron. Jetzt kommt diese Luke rein in der ganzen Spiel, worum es auch geht. John Heffron hat am vorigen Tag gesagt, er wäre Lookout gewesen. Und hätte gesehen, wie Choco den Race getötet hat. Jetzt ist Choco tot. Er kann keine töten Rolle gewesen sein. Er ist Escort. Also muss John Heffron... Ja, aber der hatte den Satisfactory Man doch unter Umständen auch gewissert. Das weiß man doch nicht. Ja, aber der hätte ja mehrere geschrieben. Er hätte ja schreiben müssen, es gab mehrere, die ihn besucht haben. Weißt du was? Nee, aber der ist doch durch Selbstmord gestorben. Weiß ist durch Selbstmord gestorben? Ja. Nee, Weiß durch SK. Ach, äh... Weiß wurde durch SK getötet und Alex durch die Mafia. Dementsprechend muss entweder er ein schlechter... Stimmt. Ich hab ja... Ich bin Lookout. Ich hab den anderen gewissert. Choco hat jemanden gewissert, aber nicht Rise. So, und damit ist klar, dass John Heffron Exe war. Jetzt Jester sein muss, weil sein Target Choco tot ist. Zeit für Nuclear Throne. So, das ist jetzt dieser Moment, wo man eben alles miteinander verknüpfen muss, was man gesehen hat. Und da kommt trotzdem an, dass man hier sehen muss, ähm, was ist noch da, was ist nicht mehr möglich, aufgrund dessen, was er sagte in der ersten Nacht. Man sieht's hier im Chat-Log. Er claimed Lookout. Er hat gesehen, wie... Choco, ob jemanden getötet hat, ob er gewissertet hat, der tot ist. Kann nicht sein. Ist nicht möglich. Er kann jemanden töten. Und von daher weiß man Bescheid. Ich wette jetzt mit dir, du wirst echt sterben, Choco. Wahrscheinlich. Und ich beobachte... Deine Mutter. So. Ähm, ich weiß, es geht jetzt doch grad sehr schnell. Aufgrund dessen, dass wir dieses Spiel schon ein bisschen häufiger gemacht haben. Wenn ihr Fragen habt, haut sie raus. Wir werden sie sehr schnell versuchen zu beantworten. Gerade für diejenigen, die noch nicht so oft gespielt haben. Also im Prinzip alle, die da sind. Garg. Ja, das ist erstmal durchaus verwirrend. Das stimmt. Man muss hier... Man muss auch wissen, was ist möglich. Deswegen ist der Classic-Modus noch sehr gut möglich. Ja, Mafia hat mich umgebracht. War bekannt, dass du sterben wirst. Klar. Hat er ja auch voll auf verdient. Weil jetzt... Jetzt wird nämlich jeder auf John gehen, weil er gesagt hat, dass du sterben wirst. Und am Ende ist John nämlich Jester. Also ich würde auf keinen Fall bei John irgendwas wählen. Er ist für mich ganz klar der offensichtigste Jester seit langem. Seit Alex. Abgesehen von mir. Obwohl ich gar kein Jester war. Du warst ja nicht für ein Jester. Ja, aber es ist... Ja, das zeigt einen richtig guten Jester. Der kann nicht verarschen, selbst wenn er nicht Jester ist. Also es sieht für die Town hier extrem schlecht aus für uns. Weil Town fast zum Großteil tot. Erst mal gucken, was der Kryan ist. Ja, jetzt kannst du gucken. Ihr seid beide tot. Von daher, ich bin Framer. Ich hab keinen von der Ketur. Ja, okay. Ja, das Framer kannst du eh nicht töten. Ach, du wolltest mich besuchen. Das hast du immer machen können. Ja. Ich fand aber dieses No Friends nett. Muss ich sagen. Fand ich nett. Fand ich gut. Was hier bei den Classic natürlich schwierig hat, ist man sieht, welche Rollen vorhanden sein sind. Vorhanden sind? Vorhanden sein sollten. Oh mein Gott. Es macht es sehr einfach. Der Jailor ist einfach kein Geil. Ja, im Prinzip muss man clever vorgehen. Oh, Jailor ist tot. Hier ist halt wichtig, dass er der letzte Wille geschrieben wird, wie es Choco gemacht hat. Er hat geschrieben, wen hat er besucht, was wurde gesehen. Er hat gesehen, Satisfactory Man wurde beobachtet, besucht von Chocobob. Dadurch ist schon mal klar, Satisfactory Man kann nicht SK sein. Aufgrund der Beobachtung von Choco. Man muss also dementsprechend alles, was hier steht, irgendwie wahrnehmen und doch sehen. Mal gucken, ob der Jailor irgendwas geschrieben hat. Nein, hört er nicht. Vor allem kann man halt auch davon ausgehen, dass Chocobob entweder in dem Fall was Gutes war, oder halt Framer, weil alles andere hätte ihn nachts umgebracht. Ja. Und da es halt einen Mafia-Kill und einen SK-Kill gab, gab es halt nur noch Framer und den Bass. So, ähm... Ja, den Jester würde ich natürlich jetzt nicht töten. Wir wissen, dass er Jester ist. Aber das ist gut, ich war eben in der letzten Spiel war ich auch Knockout. Ich weiß nicht, warum Jester Whipper jetzt hier unbedingt auf die Stunde... Also man weiß, dass er Jester ist, weil Executioner, wenn er sein Ziel nicht mehr hat, zum Jester wird. Genau. Dementsprechend wissen wir, aufgrund dessen, was er geschrieben hat, realistisch gesehen, er ist Jester. Sprich, ich würde ihn als Mafiosi niemals töten. Man kann das noch einsetzen. So, es ist wieder Vollmond, das interessiert uns nicht. Wir haben keinen Bärwolf. Die kam erst zur neuen Version rein. Ähm, Gag, du lebst noch. Interessant. Wie man jemanden töten kann, das siehst du hier Psycho. Jetzt ist, ähm... Ja. Okay, vielen Dank. Ähm, man kann hier rechts haben wir jetzt Sachen zum Aussuchen. Ich kann die anderen Leute hier wählen. Mafiosi kann ich nicht wählen. Und so tötet man auch jemanden. Die selbe Wahl hat der Mafiosi und der Gottfaser. Du klickst hier an, wer soll getötet werden. Und auch Sheriff und so. Genau. Also die anderen suchen sich so ihre, ähm, Personen aus. Im Prinzip. Santa ist tot. Das heißt, der Gottfaser oder der SK haben einander gefunden. Denn der SK hat hier jemanden getötet. Sprich, der Gottfaser und der Santana, der SK, also der Serienmörder, sowie der Executioner sind in der Nacht immun. Sie können nicht getötet werden. Gleiches gilt für die, die, ähm, beschützt werden durch einen Bodyguard, wenn er sich selbst schützt. Oder durch andere wie den Doktoren. Es kommt eigentlich relativ schnell raus. Also wir wissen jetzt, ich kann es ja sagen, da ich Mafiosi bin, ähm, Worldstone Raider ist Mafia. Wir haben schon mal gespielt. Wir haben heute gespielt, Jungs. Der Worldstone Raider. Das war der, das war in der ersten Aufnahme der. Oder in der zweiten. Echt? Hieß der so? Ja, das war der. Hundertprozentig. Ich hab mal grad einen Link gepostet vom, vom Wiki. Ja. Damit die Rollen, dass man halt nochmal nachlesen kann. So. Also wir wissen, dass der Worldstone Raider SK sein muss. Weil wir haben ihn attackiert, aber er starb nicht. Oder der Doktor hat jemanden geheilt. Es gibt keinen Doktor normalerweise. Außer eventuell hier, Random Town. Jetzt müssen wir die Reihe durchgehen. Doktor steht hier. Escort steht da. Veteran ist Town Killing. Das muss man eben rausfinden. Ist also hier weg. Medium steht da. Investigator steht da. Lookout steht da. Jailor steht da. Es gibt noch den Sheriff. Und ein Random Town. Also könnte Redstone Raider theoretisch auch noch Doktor sein, der sich selbst geheilt hat. Bodyguard sein, der eine Weste getragen hat. Es ist unwahrscheinlich. Deswegen gehen wir davon aus. Er ist SK. Wir wählen ihn hoch. Easy Game. Er wird gehängt. Du willst das Spiel spielen? Freut mich. Ich finde das Spiel unglaublich gut. Das ist absolut geil. Ich habe das damals bei Dalu Card gesehen. Habe es sofort gemocht. Habe mich reingefuchst in das ganze Ding. Stunden schon damit verbracht. Das macht einfach Spaß. Gerade wenn du mit anderen Leuten spielst. Nebenbei noch irgendwie am Chatten bist. Wichtig ist natürlich, dass du... Nicht, gerade wenn du in TS bist, nicht verrätst, was du bist. Also entweder Namen sagen oder Rolle. So machen wir auch. Ja, und auch wenn du halt ein Investor bist, nicht verrätst, was du rausgefunden hast. Weil erstens weißt du halt nie, wer die anderen sind. Und selbst wenn sie auch gut sind, ist es unfair den anderen Spielern gegenüber. Genau. Deswegen auch, wenn ihr Let's Plays von uns seht. Wir besprechen nur das eine oder das andere voneinander. Nie beides. Damit man eben keine Vorteile hat. Weil sonst ist das wirklich reiner Beschissene. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Auch keine Absprache machen. Komm, wir spielen auf Unentschieden. Wir haben das Achievement noch nicht. Machen wir grundsätzlich nicht. Ist es nervig. So, war klar, dass er SK war. Es war einfach. Wir, die Mafia, haben das so gut wie sicher. Denn es gibt nur noch drei Nicht-Mafiosi. Wir töten einen davon. Der Veteran ist weg. Es gibt noch einen Random Town, haben wir gesagt. Es gibt den Executioner. Den kennen wir auch schon. Das ist John, der jetzt Jester ist. Also brauchen wir den nicht töten. Wir gehen jetzt dummerweise... Tut mir leid Garg, du wirst sterben. Garg oder Elf muss Random Town sein. Was gibt's noch? Das hab ich übersehen. Der Sheriff ist noch da. Wir benutzen TS. Ja, genau. Wir gehen auf TS. Find ich besser als Skype. Teamspeak. Für den Fall, dass du nicht weißt, was TS steht. Ist kostenlos, dementsprechend auch kein Problem. Man braucht halt einen Server, auf dem man reden kann. Oh, es gibt einen Retri. Hm, das hätte ich dir vorher sagen können, Krian. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Jungs. Jetzt die Frage, was war nochmal Jack the Whipper? Müssen wir die Reihe wieder durchgehen. Doktor ist tot. Escort, Veteran. Lookout ist wieder da. Du lebst wieder, Chaco. Willkommen zurück. Oh, ja. Verdammt. Muss ja wieder hier Action schieben. So, jetzt habt ihr den Random Town gesehen. Es ist Retributionist. Es muss 11 sein. Da John Hearthrone der Jester ist. Jacko wird jetzt einen von uns verpetzen. Das ist klar. Natürlich. Ich kann die englische doppelte Verneinung nicht. John ist nicht intelligent, sagt John Hearthrone. Übrigens, Garg, er heißt so, Jacko. Kannst du aber nicht wissen, ist schwierig, aufgrund der Aussprache, es ist deutsche Sprache, schwere Sprache. Tut mir leid. Und danke fürs Retrie, ja, wiederbeleben. Retributionieren war das Wort, das so. Ist ja kein Problem, Jacko. Ach, nicht soll ich sagen, Jacko. Garg, ist kein Problem. Kannst du nicht wissen. Passiert den meisten Leuten. Jetzt wird der John Hearth vor mich noch wählen. Siehste? Weiß ich. Wusste ich. Sehr schön. Ist aber kein Problem, weil wir haben trotzdem so gut wie sicher gewonnen. Nein, habt ihr nicht. Ihr werdet alle sterben. Pass auf. Jetzt muss ich überlegen, was ist noch übrig. Lookout ist weg. Random Ding ist weg, Doktor ist weg. I'm Sheriff. Elf ist Mafia. John is Jester. Jack is Mafia 2. Yes. Yes. Dankeschön. John, thank you. Let's vote Elf. Fuck. Yes. We got this man. Wir haben es gewonnen. Wir können nicht mehr verlieren, weil es gibt keine rettende Rolle. Sorry, Jacko, du wirst sterben. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Vielen Dank, lieber Jester. Und das war ich jetzt richtig Glück, dass der Jester hier mitgespielt hat. Ja, aber ich sag mal so, der will ja auch gehängt werden. Wir werden ihn aber niemals hängen. Wir töten dich. Wir töten dich. Ich wollte den doch mal gleich hoch. Mal gucken, ob der Elf, äh, guilty will. Will der nicht. Er wird wissen, dass er Jester ist. Das war nach Nacht 1. Spätestens nach meinem letzten Willen jetzt. Danke, Garg. War halt Glück, dass hier der Jester mitgespielt. Aber der, 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 äh, der Elf, äh. Ist Sheriff. Ja, klar. Mal kurz so aufgerüstet, ja. Ich hab nicht gedacht, dass es noch ein Retri gibt. Sonst hätte ich ihm nicht gesagt, dass ich Mafia bin. Und wenn noch. Aber so läuft's halt. Nee, war aber eh klar, dass ihr beide Mafia sein müsst. Dass Elf Sheriff ist, woher hättest du das wissen sollen? Ähm, ich sag mal so, mir war ziemlich klar, dass Jack the Rapper Mafia ist. Und, äh, dementsprechend, dass du nicht Sheriff bist auch. Weil du spielst anders, wenn du Sheriff bist. Ich spiel immer gleich. Ja, stimmt nicht. Was ändere ich sonst? Es ist, äh, schwer zu beschreiben. Aber man merkt es meistens, wenn du gut bist oder nicht. Also, im Sinne von gut. Von Spielgut. Ich, ich finde das jetzt nicht sehr nett, dass du diese Einschränkung noch gemacht hast. Ja, du bist immer böse. Okay. John, it's time to go. Okay. Find ich gut. Warum sollen wir ihn hoch wählen? Wählt doch den einfach Elf hoch, dass er schnitt zu Ende. Wird den mal hoch, mal gucken, vielleicht wählt Elf ja Guilty. Wär blöd, wenn er's macht. Okay, wir wählen John hoch. Zack. Ich würde lachen, wenn Jack the Ripper Guilty wählt. Dann wäre er echt dumm. Der immer noch denkt, dass es Lookout. Ich mein, ich würd trotzdem gewinnen. Egal. Also, ihr würdet ja beide trotzdem gewinnen. Fuck. First Elf. Okay. Okay. Let's vote Elf. Okay. Das ist auch gut. Versteh ich nicht. So. Ja, jetzt ist egal, wer ihn umbringt. Ja, wir haben gewonnen. Er tönt übrigens Elf. Also, er wird jetzt den Sheriff töten. Nur mal sicher gehen, damit der Sheriff auch nicht mehr herausfindet, was er ist. Ich glaub, das weiß er schon seit ein paar Wochen. Nein. Auf keinsten. Ist also, wie gesagt, das ist ein Spiel, da muss man ein bisschen mal was machen. Ein bisschen öfter spielen, dann kommt man da auf jeden Fall rein. Ich hoffe, dass man intelligente Mitspieler hat. Das sowieso. Gerade was diese Alignments angeht, also dass du weißt, in welche Kategorie gehört jemand. In welche Kategorie gehört der Bodyguard, der Doktor, der Investigator. Wenn wir danach eine Kostumrunde machen würden, würdet ihr es sehen. Da steht hier zum Beispiel nur noch Town Investigative, Town Protective, Town Support. Wenn man das denn will. Also, man kann das natürlich auch furchtbar unspezifisch halten. Natürlich, wenn man es will. Oder man spielt eine All-Any-Runde, wo man gar nicht weiß, was für Wollendes es gibt. Ja, das sind natürlich mir die Liebsten. Korrekt, Psycho. Das Problem dabei ist nur, dass man halt auch... Ich finde, da müsste man eigentlich einen Host haben, der Rollen wählt. Oder so, weil da gibt es halt öfters mal, dass man einfach sechs Escorts hat und so Sachen. Wo eigentlich eine Seite dann manchmal überhaupt keine Chance hat, überhaupt zu gewinnen. So. Im Prinzip hast du recht, Psycho. Man kann... In der Nacht kann man töten und investigieren und beschützen und supporten. Und tagsüber ist eben Unterhaltung. Das heißt, tagsüber läuft eigentlich die wirkliche Arbeit ab. Anhand dessen, was jemand sagt. Du kannst da jemanden beschuldigen. Oder deine Rolle outen, indem du halt sagst, ich habe ihn gesehen und du bist wirklich Lookout. Das läuft eigentlich alles tagsüber ab. Du musst also beides irgendwie wahrnehmen. Es bringt nichts, wenn du nur nachts aufpasst oder nur tagsaufpasst. Beides gehört zusammen. Okay. Ich werde mich jetzt immer mal verabschieden. Also... Ciao, ciao. Wir hören uns die Frage. Mach's gut. Wir hören uns. Haut rein. Machen wir All-Any? Ja, wenn du mir noch eine Sekunde gibst. Ich dürfte hier gleich tot sein. Tag? Denke ich mal. Was hältst du von All-Any? Ich glaube, wenn wir Garg noch mit drin haben, wäre All-Any ein bisschen zu hart, wenn er noch absoluter Noob ist. Was? Okay, ich bin froh. Ich habe einen Fehler gemacht. Was soll's. Wir fragen ihn einfach mal im Chat, was er will. Kleines bisschen schreiben hier. Mal gucken, was er möchte. Wir machen... Wir hatten es jetzt in dem Fall an Garg. Psycho-Buchster. Wenn ihr Lust habt mitzuspielen. Ah, okay. Gute Nacht, Garg. Bei Garg. Also spielen wir nur mit beide. Bye Garg. Have fun, good luck. Dann würde ich sagen All-Any. All-Any-Hype. 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 Außer Bookstar oder Psycho haben sich schon eingetragen und wollen mitspielen. Dann nicht. Mein Salem hängt wieder mal. Aber es sieht nicht so aus. Dann machen wir eine kleine All-Any-Runde. Schwierigkeit bei All-Any ist halt, man weiß nicht, was ist vorhanden. Also welche Rollen sind da. Wie oft ist welche Rolle da. Ich weiß nicht, ob... Dankeschön, wir hören uns auf jeden Fall irgendwann Garg. Also gestreamt wird sicherlich auch über die Feiertage nochmal. Bei mir zumindest ist es der Fall. Werden wir ja sehen. Bei mir kommt normalerweise... Ich hab schon angenommen. Bei mir wird wahrscheinlich dann auch nochmal ein Infovideo auf YouTube kommen. Damit ihr Bescheid wisst. Und Psycho... Ich weiß nicht, ob wir morgen zocken. Also ob wir zusammen zocken. Alex und ich. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn wir morgen Abend spielen auf jeden... Ich weiß nämlich nicht, ob ich morgen Abend mich mit jemanden treffe oder erst am Dienstag. Sonst wäre ich eher am Mittag am Zocken. Wenn überhaupt. Aktuell gehe ich nur dann rein, wenn ich Lust drauf habe. Oder wenn wir aufnehmen. Was Sonntagsabends der Fall ist. Jetzt seht ihr hier auch das Problem in der All-Any. Rechts... Any, 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 any. Nur any. Das heißt, es kann jede Rolle, die es gibt, vorhanden sein. Das sind aktuell 30, glaube ich. Etwa 30 verschiedene Rollen, die irgendwie vorhanden sind. Random Namen Krian? Ja. Random Namen. Schon. So, jetzt kommt das Problem. Wie nennen wir uns? Auf Dauer ist das Problem, dass sie eben einfach... Du bist Butt-Head. Nein. Irgendwann weiß man halt nicht mehr, wie man sich nennen soll. Wir haben schon verschiedene Runden gespielt, verschiedene Namen genutzt. Oh, äh, ein sehr wichtiger Tipp meinerseits. Nennt euch nicht so Sachen wie Gott oder Chuck Norris, weil dann sterbt ihr recht früh. Das sowieso. Auch sowas wie, ähm, Hitler, Stalin, etc. Wobei Hitler in der Regel recht lange lebt. Verhältnismäßig. Wahrscheinlich aber nur, weil er meistens SK oder böse ist. Oh, for fuck's sake, seriously. Ähm, Psycho, du kannst wie gesagt eine Einladung schicken. Du würdest dann sehen, wann einer von uns online ist, wenn du uns beiden einschickst. Und ich würde auch nicht versprechen, dass ich morgen irgendwann in Taunus Salem reinschaue. Ich möchte nicht, dass du jetzt da die ganze Zeit wartest. Ich weiß nicht, wie lange ich noch streamen, wann ich morgen wach bin, also nachher wach bin. Ähm, weil ich dann an den PC gehe, um zu spielen. Es ist halt immer so ne Sache. Ähm. Dementsprechend muss man halt schauen, was los ist. Weil ich möchte halt nicht, dass du jetzt den ganzen Tag bei Taunus Salem wartest. Oder vielleicht Runden spielst und wartest nebenbei. Bis einer von uns beiden kommt und wir kommen da nicht. Weil wir was anderes vorhaben. Oder sonstiges. Das, das will ich nicht. Ansonsten ne andere Möglichkeit, die du wahrnehmen kannst. Ähm. Was denn? Bist du tot? Bist du tot? Ja. Wow. Viel lieber, oder? Gott fucking dammit. Erst werde ich mehr und dann werde ich auch noch in der ersten Nacht getötet. Äh, getötet. Getötet. Vielen Dank, Bookstar. Ähm, was ihr machen könnt, ist hier eine in Anführungszeichen Anmeldung machen. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit uns zusammen zu spielen. Sprich auch bei Aufnahmen. Da ist dann der Fall, wenn ihr die Anmeldung ausfüllt, werden wir uns irgendwann mit euch mal auf dem TS-Server treffen, vom Alex. Dann unterhalten wir uns ein bisschen, ob die Chemie stimmt, ob wir uns irgendwie verstehen oder eben nicht. Spielen ein paar Runden des jeweiligen Spiels, was ihr spielen wollt. Um dann zu sagen, jo, kriegt ein okay oder eben nope. Passt nicht wirklich rein. Wichtig ist da, seid ihr selbst. Lest euch die Regeln durch, die wir zusammengefasst haben, damit wir einfach ein wenig, ähm, in Anführungszeichen Ordnung reinbringen. Solltet ihr von uns durchgewinkt werden, sprich von Jaco, Alex und mir, dann spielen wir zusammen und nehmen die auch auf. Ihr dürft sie selbst auch aufnehmen, wenn ihr Let's Plays macht oder streamt oder sonstiges. Wobei streamen nicht. Außer wir streamen zusammen. Wäre ein Verstoß gegen eine Regel. Dann kommt ihr auf den TS-Server, kriegt ein temporales Passwort, wir unterhalten uns, spielen zusammen. Wenn ihr das ja kriegt, nehmen wir zusammen auf. Ihr dürft auch aufnehmen. Und E-Zeit der APP wird dann eben besprochen. Also nur, falls ihr Lust habt. Dann bekommt ihr auch Bescheid in einer Gruppe in Steam, in der mitgespielt Gruppe. Wir spielen dann und dann, nehmen dann und dann auf oder sonstiges. Nur um das nochmal reinzuschmeißen. Was ist passiert? Der Serial-Killer... Oh, es gibt zwei SKs. Und ein Bodyguard hat einen getötet. Das war der Gottfahre, der tot ist. Der Veteran hat einen Doktor getötet. Es gab... Es gab doch keinen Liefer. Doch, es gab einen. Die Nummer 14. Res-Me war ein Liefer. Es ist ganz schön krass, was hier los ist. Natürlich bin ich wieder in der ersten Nacht gestorben. Wen überrascht's? Wer warst du denn? Ich war Sleepers. Warst du wieder... Oh. Äh... Sorry. Ich hab dich getötet. Wieso hast du mich getötet? Ey, woher soll ich das denn wissen? Ist random. Was warst du oder was bist denn du? Ich bin SK. Spast. Ähm... Was ihr vielleicht, wenn ihr bei YouTube schon gesehen habt, es kommt dann wirklich... Wenn ihr euch anmeldet und Ja kriegt, könnt ihr bei manchen... Videos dabei sein. Das ist der Fall gewesen bei Dennis, also Kopfkino.to, bei Mischa, bei Marvin und bei Teddy. Das sind vier derer, die wir schon dazu reingebracht haben. Die bekommen auch immer Bescheid, wenn wir TT-Aufnahmen machen. Oder Town of Salem-Aufnahmen, sofern sie sich für das Spiel interessieren. Oder jedes andere mögliche Spiel, das wir vielleicht mal noch mit reinnehmen. Ja. Also Prop Hunt, also Gary's Mod allgemein. Man weiß halt nicht. Es kommt auf die Anzahl an. Manchmal wollen wir an einem Sonntag aufnehmen. TT zum Beispiel. Dann sagen wir auch dem Gorondor Bescheid. Er kann vielleicht nicht und das können vielleicht noch ein paar andere nicht, weil es zu kurzfristig ist oder sonstiges. Dann fällt das eben weg. Ist dann eben Pech und dann nehmen wir nicht auf. Oder wir nehmen was anderes auf. Town of Salem zum Beispiel. Da ist ja Dennis nicht gerne dabei. Der Link steht oben. Psycho, noch einmal für dich. Einmal da ausfüllen. Dann kriegen wir beide eine E-Mail. Also wir drei. Lieber Kate und ich. Dann kriegen wir eine E-Mail. Dann würden wir halt mit dir per E-Mail noch einen Tag ausmachen, wo wir uns mal treffen. Ein bisschen labern, zocken. Und dann kommt ihr mit rein. Das bieten wir euch an. Zum einen, um nah an unseren Viewern zu sein. Verdammt. Ich bin tot. Der Werbung hat mich getötet. So, jetzt kannst du auch einfach Ausrufezeichen mitspielen eingeben. Dann. Oh. Dankeschön. Mich hat der Werbung auch getötet. Der Drecksack. Wir machen das, um zum einen, wir sind ein bisschen eigennützig, TTT spielen zu können, weil uns die Leute gefehlt haben. Zum anderen, um euch, das heißt die Zuschauer, in diesem Fall jetzt beim Stream die Follower, oder bei YouTube die Abonnenten, oder sonstige Zuschauer, die uns nicht abonnieren, aber trotzdem da sind, nahe halten zu können. Wir möchten euch die Chance geben mit uns zu spielen, die Spiele zu spielen, worauf ihr Lust habt, worauf wir Lust haben, uns kennenzulernen. Wir würden uns dann auf TS treffen, also auf dem TeamSpeak, das heißt ohne Leerzeichen-Psycho. Ihr braucht, das steht auch in den Anforderungen, ein einigermaßen funktionstüchtiges Headset, oder Mikro, sodass man euch verstehen kann, ohne Rauschen im Hintergrund. Das sind dann aber auch nochmal Sachen, die dann auf der Mitspielenseite alle draufstehen. Ja, also das steht da drin, wenn ihr auf Mitspielen geht, seht ihr die einzelnen Anforderungen. Wir haben dazu auch jeweils ein Infovideo, das ich euch auch nochmal zeigen kann. Ich würde natürlich jetzt selbstverständlich den von meinem Link nehmen, also von meinem Kanal. Einfach, äh, ja, oder so. Weil ich kann nämlich sowieso grad nichts machen, ich bin eh tot. So, müssen wir ganz kurz hier mal in die Informationskiste reinsteigen. Übrigens der Titel von diesem Video stammt von Alex, sprich, seid nicht verwundert, wenn der Name seltsam ist. So, einmal hier. Welcher Name? Das Spielerchen. Achso. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Es sind halt einfach nur ein paar Informationen dabei. Die Seite anschauen. Und dann klappt das. Was ist denn hier los? Oh, es gab einen Arsonist. Krass. Da kann nicht viel Mafia da sein. Ich denke, es war nur Gott, Father. Ähm, glaubst du wirklich? Muss ja noch einen geben, dass wir das Spiel schon zu Ende. Hm, auch wieder wahr. Was hat denn hier der andere Konsort Philip gemacht? Ähm, Psycho zwischen dem Ausrufezeichen und dem Befehl kein Space. Weil du hast Ausrufezeichen, Space irgendwas gemacht. Weil ich glaub, du bist am Handy, ne? Da läuft es automatisch. Mit dem Space. Und wer war denn der andere? Master Medei, Achmedei, das war ich. Konsort... Ah, Werwolf hat uns gezündet. Das ist doof. Du kannst doch einfach auf den Link drauf gehen, den wir geschickt haben. Bis gleich, Psycho. Bis gleich. Ich renne langsam aber sicher auf die 100 zu. Bei YouTube. Angeber. Voll krass. Ich hab mir was einfallen lassen. Ah, da fällt mir ein. Ähm, ne, ich würd zu 100 kein Special machen. Das ist, naja. Wie dem auch sei. Äh, ich bin über die Photoshop-Datei für dein Channel-Banner-Ding ins gestolpert. Also wenn ich da was ändern soll, sag Bescheid. Ja, das einzige wär halt, äh, FM-Bahn zu nehmen. Fußball-Manager rausnehmen. Ja, und, ähm, TTT oder Gary's Mod reinbringen. Da, äh, bei Fußball-Manager aktuell nicht wirkliche Nachfrage bestanden. Auch vorher schon nicht. Ich aber gefragt habe, ob man noch was machen soll. Es gab keine Kommentare dazu oder Nachrichten oder sonstiges. Denk ich, es wird aktuell nicht wirklich erwartet. Nicht gewünscht. Dementsprechend würde ich's erstmal zurückstellen. Da wäre auch, also ich jeden Tag ein Video habe. Ihr habt ja teilweise zwei oder drei Videos pro Tag. Äh, Maximum. Ja, doch stimmt, drei momentan, wegen Starbound. Und von daher, willkommen zurück, Psycho. Ja, willkommen zurück. Ist halt, äh, die Sache, kannst du das bei mir gerne ändern? Ich würde mal gucken, eventuell dann ein besseres Thumbnail für Seven Days und für TTT. Vielleicht TTT bin ich mir nicht sicher. Ich mag diese individuellen eigentlich. Muss ich mal schauen. Also wenn du willst, für Seven Days to Die kann ich mal schauen. Ja, gern. Auf jeden Fall. Solange du eine Zeit dazu hast. Ich muss dir keine Arbeit machen. Mach ich auch nicht, aber ich habe momentan eh nicht so allzu viel zu tun. Ich muss mir denken, auch hier auf die Web-Mail zu achten. Weil ab und zu gucke ich nicht rein. Also erwartet nicht, dass ich jedes Mal direkt eure Mails sehe. Ich bin manchmal einfach zu vorn und gucke nicht in den speziell dafür vorhandenen E-Mail-Account rein. Da ich durch den Zufall mit dem Alex zusammengekommen bin, mal gezockt haben. Und dann eben, dass wir beide YouTube machen, haben wir uns gefunden. Im Prinzip anmelden über diese Homepage. Das ist über die Homepage der Barcade. Sprich den Channel von Alex und Giacomo. Da gibt es diesen Link, den ich euch schon mal gepostet habe. Ich mache nochmal mitspielen. Wie ihr da drauf geht. Ich kann es euch eigentlich mal zeigen. Wir zeigen euch einfach mal live, weil wir eh gerade nichts zu tun haben. Ihr werdet es jetzt hier rechts sehen. Einmal hier. Wir nehmen den Link mit. Dann gehen wir das einfach ganz kurz mal durch. Mehr oder weniger. Bei dem Spiel gerade nichts für uns Wichtiges passiert. So. Ihr solltet das jetzt eigentlich dann auch gleich sehen. Dann habt ihr hier die Homepage der Barcade unter dem Writer mitspielen. Gibt es zum einen die wichtigen Regeln, die wir für uns zusammengestellt haben. Um uns und auch euch abzusichern. Zum einen natürlich die Tatsache, dass wir nicht mit jedem spielen können. Auch wenn es aktuell noch nicht wirklich der Fall ist. dass ihr mit dem Klicken auf Absetten die folgenden Regeln auch einversteht. Mithilfe akzeptiert. Barcade beinhaltet sowohl Alex und auch Giacomo sowie mich oder eventuell andere wie Gorondor, der mit uns schon gespielt hat. Dann solltet ihr eben diese folgenden sieben Regeln einhalten. Ihr seid mindestens 16 Jahre alt. Wobei da auch, wenn ich sag mal die geistige Reife vorhanden ist. Es ist auf der Verhandlungsbasis. Eben ist es vorhanden. Es kann nach unten gesetzt werden, sofern es für uns akzeptabel ist. Du gestattest, der hier akzeptiert, das Aufnehmen von Audio- und Videomaterial. Wir dürfen es auf YouTube oder auch bei Twitch eventuell zeigen und auch monetarisieren. Sprich damit Geld verdienen. Es wird allerdings auch euch, also denjenigen, die mitspielen, erlaubt es aufzunehmen, zu posten, zu streamen, wenn wir streamen und damit Geld zu verdienen, wenn ihr einen YouTube-Account habt. Wobei da allerdings auch die Wichtigkeit ist, oder das Wichtige gesehen ist, dass es zeitgleich rauskommen soll. Also es wird abgesprochen, wann es kommen soll. Also es muss nicht zeitgleich sein, aber es sollte nicht vor dem Veröffentlichungstermin sein. Genau, weil sonst kann es sein, dass was ich, wenn ich jetzt euch Baxter es montags zeigt, Psycho es aber erst Donnerstags bringen will, ich will es erst Samstags bringen und der Alex mir auch backhält vielleicht erst eine Woche später, weil es zeitlich anders passt. Es muss also ein gemeinsamer Tag gefunden werden. Lol, es gab auch noch einen Wehrwolf. Das habe ich gesagt, ich bin dran gestorben. Ich habe da gerade nicht aufgepasst. So lief das auch beim Gorondor, bei der TTT-Folge, da war er dabei. Da wurde abgesprochen, an dem Tag würden wir es bringen wollen, es wurde von allen abgenickt, dann kommt es. Ihr räumt, wenn ihr dem zustimmt, uns das Recht ein, also dem Alex, Jaco, mir, eventuell Gorondor oder sonstigen, auch zu sagen, wir wollen diese Aufnahme nicht nehmen, diese Folge, wegen, keine Ahnung, irgendwelchen Äußerungen. Alex ist wieder Butthurt. Alex ist wieder ein Idiot oder sonstiges. Wenn wir sagen, wir wollen es nicht nehmen, dann muss das akzeptiert werden, weil wir im Endeffekt die letzte Instanz sind, die es entscheiden darf. Das Recht nehmen wir uns vor. Wer hat gewonnen? Werwolf? Werwolf. Okay. Punkt 5 hatten wir schon. Was wichtig ist, ihr bekommt dann jeder das Passwort oder ein eigenes Passwort für den TS-Server. Ihr dürft dann die Passwörter sowohl für TS-Server und auch für eventuell Gary Smods-Server oder andere Server nicht weitergeben. Es darf nicht an Dritte weitergegeben werden, sonst nehmen wir uns das Recht daraus, euch auch wieder rauszuschmeißen. Es geht hier um eine Vertrauensbasis, die durchgehalten werden muss und da müssen wir uns auch gegenseitig das Vertrauen geben können. Ja, wir dürfen uns auch das Recht daraus nehmen, Aufnahmen irgendwann mittendrin zu beenden, wegen, wie hier steht, Unzuverlässigkeit, unpassender Themen etc. Wenn jemand sagt, er kommt um 8, er kommt erst um 9, dann sagen wir, wir nehmen es nicht, auch wenn du nachjoinst. Das ist es eigentlich. Ihr gebt hier kurz euer Handle ein oder Steam-Name oder dein Name selbst. Euer Alter, wo wollt ihr mitspielen? Bei was wärt ihr interessiert? Dementsprechend bekommen wir die Nachrichten. Wenn ihr bei ProPub mitspielen wollt, würden wir alle die Nachricht bekommen. Bei League of Legends nur Jocko. Die Nachricht bekommen wir trotzdem immer alle. Ja, aber es geht uns halt weniger an. Warum wollt ihr mitspielen? Ein kleiner Grund wäre nett, dass wir eben auch sagen, warum wollt ihr das denn? Welchen Grund seht ihr? Eure E-Mail-Adresse, dass wir mit euch Kontakt aufnehmen können, um eben einen Termin für TS auszumachen. Einen Spieltermin, das muss also nicht der selbe Tag sein. Wenn ihr sagt, ich habe an dem Tag nur eine halbe Stunde Zeit, schwätzen wir nur und zocken ein andermal. Wobei der Spieltermin auch sehr gerne einfach im Teamspeak besprochen werden kann. Krian, du hast einen Invite. Genau. Und das ist im Prinzip alles. Also ihr seht, es ist kein Teufelswerk. Deinen Invite habe ich nicht bekommen. Dann checke ich dir nochmal einen Invite. Das ist nett. Also ihr seht, es ist kein Hexenwerk. Es geht nur darum, dass wir uns in gewisser Weise auch absichern können, dass ihr zustimmt, dass wir eure Ton- und Bildaufnahmen verteilen dürfen. Weil sonst haben wir halt irgendwann Probleme. Um mehr geht es gar nicht. Und ihr habt selbst das Recht auch was zu streamen oder aufzunehmen, wenn ihr das denn macht mit euren Kanälen. Selbstverständlich, äh, random Namen? Ne. Du hast, äh, Standard-Name genommen. Da nehme ich wieder Sherlock. Ja. Mein normalen Standard-Namen. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, ihr würdet natürlich auch dann in die Videobeschreibung den anderen reinsetzen. Also bei mir steht dann der Alex drin oder Gorondor oder ihr. Das entspricht eben, weil wir sich dann untereinander ein bisschen unterstützen wollen. Aktuell ist natürlich noch kein großes Problem für euch. Sofern ihr nicht totale unsympathische Menschen seid, da irgendwie reinzukommen, weil wir bekommen nicht die viele Aufmerksamkeit oder die vielen Anfragen von anderen. Das sehen wir realistisch. Wir werden es auch niemals bekommen, sehr wahrscheinlich. Wenn es aber irgendwann so kommt, habt ihr natürlich dann den Vorteil, schon drin zu sein. Hm, kann man machen. Schon drin zu sein, dementsprechend informiert zu werden. Was allerdings schon gleich vorausgesetzt wird, es wird nicht darum gehen, Handysnummer auszutauschen oder sonstiges. Wir, Alex, Jaco und ich, haben zusammen mit Silly eine WhatsApp-Gruppe, weil wir uns irgendwie halt über Ecken auch kennen. Dann ist es okay. Ihr werdet niemals von uns nach einer Handynummer oder sonstigen Privatadressen gefragt. Lieber Kate und Freunde werden euch nie nach eurer Kontonummer oder eurer PIN fragen. Genau. Das wird nicht passieren. Das ist wichtig. Also wir haben ja nicht vor, irgendwie von euch private Daten oder sonstiges zu bekommen. Um Gottes Willen. Das ist ganz wichtig. Ich wollte meine Rolle noch reinschauen. Genau. Ein bisschen Konzentration krieren. Wäre nicht schlecht. Ne. Macht ihr da nichts noch aus Psycho oder haben wir noch einen, der so ist? Oder zwei, je nachdem. Es geht nicht darum, ihr müsst ja nicht viel reden. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, mitzuspielen, zusammenzuspielen. Wenn ihr von der Natur aus so seid, dass ihr eben still seid, ist das für uns auch okay. Wir können euch nicht zwingen, dauernd zu reden. Eventuell entwickelt ihr euch da auch rein. Dass ihr sagt, vielleicht irgendwie scheu seid wegen der Aufnahme. Gegen uns sicherlich auch so. Also mir so am Anfang ist es schwierig, aber irgendwann kommst du da rein. Ja, mir auch. Es wird gelabert. Man unterhält sich. Wir werden auch lockerer. Also gerade was hier so ein Stream angeht. Merkt ihr ja, da wird einfach gebabbelt und dann ist gut. Vielleicht kommt ihr da auch rein. Man muss halt gucken. Was uns allerdings wichtig ist aufgrund der Vertrauensbasis, lügt nicht in diesen Anmeldeformularen. Das kann ich jetzt nur euch beiden sagen. Oder diejenigen, die das vielleicht nochmal auf YouTube sehen oder auch nicht. Steht noch nicht fest. Aber da schon zu lügen, das ist ganz schlechtes Standbein. Für später. Und mehr geht es gar nicht. So, Witch ist tot, Lookout ist tot, der Framer ist tot. Alles klar. Ein Jester ist tot. Ein buntes Ding hier. Ja, eigentlich schon. Was ist denn so Mafia tot und Lotters Suicides? Nett. Hier seht ihr euch das Beispiel. Die Hexe, die hieß Nigger und schon ist sie tot. Gott lebt noch. Ein bisschen überraschend finde ich. 22 was black made. Ja, du solltest ein echtes Alter schreiben. Psycho. Oh, ich hab den Ton ausgemacht. Wollte ich gar nicht. 22 was black made. Wie kann jemand geblack made gewesen sein, wenn wir noch am zweiten Tag sind? Also es gab erst eine Nacht. Das heißt, okay. Ich denke jetzt extra laut für euch auch. Also für dich, Psycho und Bookster. Es müsste eigentlich so sein, dass zum einen Gott mit 22 zusammen in TS ist oder in Skype. Bei. Oder Spy. Oder ja. Einer von denen muss Spy sein. Sprich, Gott muss Spy sein. Entweder das oder die zwei arbeiten zusammen. So Mafia mäßig. Und der eine Dings hat nur so getan, als wäre er blackmailed. Genau. Also irgendwie sowas muss es sein. Aufgrund dessen. Also entweder sie äh sprechen sich ab über Skype, TS oder sonstiges. Nein. Äh Baxter. Ne. Wir wollen euren Perso nicht sehen. Das wäre zu extrem, was die Privatsphäre angeht zum einen. Zum anderen vertrauen wir euch da schon. Aber man erkennt das ja einigermaßen. Ähm. Es geht uns bei diesem Alter 16 auch weniger um das wirkliche Alter, als eher das geistige Alter. Oh. Ich habe jemanden getötet. Also es geht. Wir vertrauen euch da schon. Das ist ja auch in dem Video eigentlich einigermaßen klar. Auch wenn das ja kindisch wirkt. dass wir euch da schon vertrauen. Ihr lügt uns nicht an. Und wenn jetzt einer mit dem Alter von 12 kommt und sagt, ich bin 20, man hört das schon ein gewisses Maß an der Stimme raus. Weil eben die Jüngeren noch nicht im Stimmbruch waren. Das ist halt sehr freundlich formuliert. Ja. Was aber auch wichtig ist, ihr dürft uns auch nicht sauer sein, wenn wir euch nicht dazu zum Aufnehmen dabei haben wollen. Wenn ihr eben jünger seid. Das liegt ja nicht an euch persönlich. Vielleicht auch mal so zocken. Ja. Gerade sowas wie Town of Salem. Gerne. Wieso nicht? Aber dann vielleicht nicht immer auch im TS dabei. Man muss halt immer so ein gewisses Marken, eine gewisse Grenze irgendwie einhalten. Ich muss mal gucken. Der Vigilante ist tot. Der Gottfader ist tot. Und... Aber wieder zwei Selbstmorde. Was ist denn hier los, ey? Das ist unglaublich. Ihr müsst euch nicht so benehmen. Es ist zwar ein Vorteil, aber darum geht es nicht primär. Was uns wichtig ist. Ihr müsst ihr selbst sein. Seid ihr selbst. Es bringt nicht, wenn ihr irgendjemanden schauspielt. Es würde uns auch nichts bringen, wenn wir so tun, als wären wir irgendwer anders. Außerdem ist das scheiße anstrengend. Ja, das auch. Gerade bei sowas wie einem Stream, der über mehrere Stunden geht. Wir nehmen in der Regel auch mehrere Stunden am Stück auf. Also bei uns ist es so... Mehrere Stunden jetzt nicht unbedingt, aber mehrere Episoden. Ja. Was auch da auch eine Stunde ist. Also was bei uns wichtig ist, wir nehmen, um das euch schon mal zu sagen, in der Regel sonntags abends auf. 6, 7, 8 Uhr, so in den Dreh. Dann kommt in der Regel zuerst TOS oder zuerst die TT, dann das andere. Weil das die Serien sind, die wir, sprich die bei Kate und ich zusammen machen. Wann Alex und Jocko zusammen was aufnehmen, wie Starbound oder Minecraft, kann ich nicht sagen. Das müssten mit denen abgesprochen werden. Gleiches gilt, wenn ihr was mit mir spielen würdet. Wobei ich kein Spiel habe, würde andere mitspielen, außer ihr seid auch dabei. Ja, aber auch wenn ihr, was ich auch betonen will, Bookster, wenn ihr 16 seid oder älter, heißt das nicht automatisch, wir nehmen euch. Es muss halt einfach passen. Es muss so ein gewisses Maß an Chemie da sein. Ich denke, das ist wichtig. Weil es bringt nichts zu sagen, hier, ich bin alt genug, ich kann auf jeden Fall dabei sein. Man muss halt schon so, das muss alles passen, in gewissem Maß. Ja, das ist das Problem, Psycho. Ist, Möglichkeit ist natürlich auch, dass wir das anders legen. Klar, ich bin tot. Was warst du? Äh, Trans. Du warst Transporter, du hast mich transportiert, du Sack. Ja, jedes Mal. Du Sack, hast du Glück gehabt, weil ich bin Veteran. Wieso? Ich habe dich jedes Mal extra mit einem Toten vertauscht, damit dich keine Sau angreift. Ja, aber du kommst doch dann zu mir, um mich zu transportieren. Nö. Ja, da war sie schon. Also ich meine, du hättest mich in der Zeit, wo ich jemanden getötet habe, nicht besucht. Ich habe dich jede Nacht transportiert. Nö. Äh, ich habe hier, you have decided to go on alert tonight. You shot someone who visited you last night. Someone tried to attack you, but you cannot be killed while on alert. Also eigentlich hättest du dann tot sein müssen. Ist ja auch egal. Hm. Oh. Okay. Das ist nicht schön, Baxter. Bei uns beiden? Das bringt ja nichts, wenn du ein Stammbild hast. Ne, ich schreibe mir mal gerade, ich bin eh tot. Kümmer dich mal um, denkst. Ähm, wo um, denkst. Ähm, wo um, denkst. Ah, genau. Wir sprengen uns natürlich auch ab, bei den Aufnahmen sind. Also es ist nicht so, dass jeden Sonntag fest ist. Alex, Jaco, Silly und ich sprechen uns via WhatsApp ab. Ihr bekommt dann eventuell, also ihr bekommt nicht eventuell, ihr bekommt, ihr würdet dann E-Mails bekommen, so wie aktuell die anderen. oder ich schreibe sie persönlich an, weil ich sie halt kenne. Dann schreiben wir uns eben an, wird gesagt, hier in dem und den Tag würden wir dann aufnehmen wollen. Dann wird geguckt. Kann ich? Kann ich nicht. Was genau hast du denn nicht mitbekommen, Baxter? Also es war eigentlich nur ein Wiederholen des Ganzen, was schon mal gesagt wurde. Was? 9-11 soll Ding sein? Mafia, ja. Mafia oder SK. Okay. Ich vertraue es einfach mal. Ich habe nicht aufgepasst. Tut mir leid. Also wenn jetzt irgendwas hier irgendwie falsch läuft. Ich habe nicht aufgepasst, weil ich dauernd auf dem Team geachtet habe, um Fragen zu beantworten. Vote for Supper. Wieso für Supper? Weil der angeblich auch entweder SK oder Maf ist. Okay. Ich würde einfach mal abstellen und mich auf den Chat konzentrieren. Baxter, was hast du denn nicht mitbekommen? Worum geht's? Du hast das geschrieben? Ja, also das Alter ist halt nur so ein gewisses Maß, das wir uns gesetzt haben. Weil wir, ich sag mal, Romantiker, könnte man Romantiker sagen, sagen, man sollte ein gewisses geistiges Alter haben, weil wir halt auch nicht mit kleinen Kinder spielen wollen, die zum Beispiel wie gerade eben in TTT. Sowas wollen wir nicht. Hi Mage Sim. Also jetzt nicht bei dir, das ist jetzt bei mir im Chat. Dann hallo auch von mir. Hi. Oh, Sherlock is immune. It's a lie. The cake is a lie. Wow. Jo, Krian, dann stelle ich dich mal ganz kurz leise und schnackele hier mal kurz mit meinen Lloydys. Wieso? Singular mit meinem Lloydy. Du willst mich nicht da haben. Doch, ich will dich da haben. Nur wenn ich jetzt sag, ja hier, hey, ich mach gerade Town of Salem Multi-Dings mit Krian. Mach das. Hier ist der Link zum Multi-Twitch. Sag das ruhig. Ja gut, das hab ich ja jetzt eh. Nee. Ja eben. Nee, ist es wichtig. Wir machen Multi-Twitch, bekommt ihr da alles mit. Ich sag dir, wunderschönen guten Abend. Ich seh's leider nicht, ich hab Alex seinen Stream nicht offen, weil ich möchte auch grad bei Town of Salem nicht die Gefahr laufen, irgendwie zu Stream-Snipern. Nee. Ich bin eh tot. Ja, aber trotzdem. Ich hab jetzt grad noch mal den... Ich hab jetzt grad noch mal den... Zwei Leute getötet. Wahrscheinlich war ins Town, ist aber mir egal. Ja, danke Baxter. Und auch Psycho. Wir unterstellen euch nicht, dass ihr so seid. So, ich hab ja jetzt grad noch mal den Multi-Twitch Befehl erstellt. Also nicht wundern hier, Mage Sim. Wenn du da draufklickst, kannst du checken, was Krian und nicht hier grad so treiben. Gern zuschauen, mitspielen, edit uns oder gib uns deinen Namen in Town of Salem. Ganz gerne mitspielen. Like, favorite, subscribe. Nee, das eben nicht. Sub for Sub. Ja, genau. So. Ich hoffe, dass er jetzt böse ist. Wahrscheinlich nicht. Ah, Sheriff. Tut mir leid. Wodum. Was müsst ihr jetzt eigentlich für eine Rolle krieren? Ähm, wie ist das so schön? Ah, du bist wieder da. Hallo? What? You what, mate? Du bist wieder da. Ja, ich darf's jetzt eigentlich nicht sagen. Aber aufgrund dessen, was da oben schon gestanden hat, müsstest du so sagen. Du musst rausfinden. Dass du angeblich der Fiese bist. Ja, eben nicht. Danke Gott. Ja, äh, wie schon mal gesagt. Wir unterstellen das keinem. Aber wir möchten einfach dieses, ähm, diese, äh, uns diese Chance, ähm, erhalten, auch mal Nein sagen zu können. Auch wenn wir uns das, jetzt rein von den Viewern, Abonnenten gesehen, nicht leisten können. Wenn man eben hoch hinaus will. Wir haben dieses Ziel nicht, also ich spreche jetzt für mich, ich habe dieses Ziel nicht unbedingt. Es geht mir darum, Spaß zu haben, mit euch zu kommunizieren. Und dementsprechend nehmen wir uns auch das hier, oder nehme ich das auch in Kauf, zu sagen, wir sagen mal Nein, weil es nicht reinpasst. Es hat dann eben nichts mit eurem Alter zu tun. Das ist wichtig. Wir würden hier niemals jemanden mit dem Alter oder Geschlecht oder sonstigem diskriminieren. Das ist ganz wichtig. Ihr zumindest nicht. Ja, es ist ganz wichtig. Es geht dann einfach darum, weil es irgendwie nicht passt. Also, ich verstehe mich mit Chaco, Alex, äh, auch Gorondor und Silly sehr gut. Sowie den anderen, die dabei sind. Also die ihr sehen könnt, Marv, Teddy, also Marvin, Teddy, äh, Mischa und Dennis. Entweder, weil ich sie privat kenne oder schon mit ihr gesprochen habe, gespielt habe. Es kann mal jemanden geben, den ich mich nicht verstehe. Aufgrund der Art oder sonstiges. Aufgrund des Humors. Das kann auch sein. Wobei ich da schon relativ, äh... Flexibel bin. Flexibel. Ich würde sagen extrem. Mein Humor ist... Das war der Witz von wegen relativ flexibel. Also es ist... Mein Humor ist da schon einigermaßen fragwürdig teilweise. Und man muss dann eher mit mir auskommen, dass ich mit jemandem auskommen muss. Und wir möchten uns einfach dieses Ding halten, dass wir... Es muss ja auch passen. Es bringt nichts, wenn wir zusammen zocken. Und es wird irgendwie... Erzwungen oder sonstiges. Es muss ja immer noch Spaß da sein. Wichtig ist, der Spaß muss hier sein. Er muss beim Spielen da sein, bei den Aufnahmen da sein, beim Unterhalten da sein. Und deswegen wollen wir eben einfach dieses Ding so ein bisschen mit reinbringen. Und mehr geht's bei dieser Altersgrenze nicht. Wenn ihr deswegen auf Verhandlungsbasis vom Alter her...